Wir sind heute bei Superchicken. Letztes Mal waren wir bei Chicken Rico und jetzt sind wir bei Superchicken. Das ist aber ziemlich so dasselbe. Also peruanisches Hähnchen, das auf der Kohle gegrillt wird. Ja und wir haben ein paar News. Wir waren super busy, die Kinder waren krank und wir waren mehr oder weniger zu Hause gefesselt. Aber was haben wir heute? Heute ist Dienstag? Keine Ahnung. Mittwoch? Morgen. Morgen kommt einer noch von der zweiten Umzugsfirma. Schätzt bei uns, wie viel wir haben zum Umziehen. Am Freitag ziehen wir dann das erste Mal im neuen Haus nochmal drin, also das zweite Mal und werden dann ein paar Sachen klären. Und dann wahrscheinlich bald ab nächster Woche schon anfangen zu streichen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt so viel in der Zeit filmen können und ob wir auch so viele Videos für euch hochladen werden. Weil wir halt eben da jetzt dahin müssen und so viele Sachen in der Zwischenzeit machen müssen. Dann gucken wir mal. Genau. Und jetzt wird erstmal gegessen. Bevor du anfängst, kannst du noch die Feuchtstüche... Was ich mache? Okay. I'm filming. I'm filming. Oh, film! So. Ihr seht, wir haben schon angefangen. Heute war auch ein zweiter Dude von einer Umzugsfirma da. Ha guck, hier bin ich drin gespielt. Ja. Du bist eine Katze, oder? Das finde ich schon angefangen einzuräumen. Ja, das einzige Zimmer, was jetzt noch gar nicht berührt wurde, ist das hier. Das ist komplett eigentlich eingepackt. Da ist alles raus. Dann haben wir da unten schon angefangen. Ja, allgemein sind wir schon recht weit für einen Tag Packen. Ich glaube, wir haben auch schon Büro einiges gemacht. Moment. Hier stehen auch schon welche im Weg rum. Und dann haben wir halt hier schon gut angefangen. Die Regale sind auch bald leer. Kann ich zeigen, was ich hier habe? Ja, zeigen wir unbedingt dieses Ding hier. Ich habe ein Maßband. Ein Maßband. Das ist von Karton. Von Karton. Ja. Auf jeden Fall, wenn wir das hier haben, dann sind wir eigentlich schon fast durch. Die Firma wird den Rest hier, was da drin ist. Tische wird die machen. Und die Firma wird auch komplett uns nochmal helfen mit der Küche. Das heißt, da wird alles aus den Schränken rausgeholt. Das machen die dann. Packen das ein an dem Tag. Genau. So viel dazu. Das ist bisher der Progress. Morgen. Morgen fahren wir zum neuen Haus. Und reden mit den Vermietern. Mal gucken, ob wir euch da was filmen dürfen. Weil wenn die noch ihre ganzen Sachen drin haben, werden wir das wahrscheinlich vermeiden. Nein. Wir machen das, wenn es leer ist und gestrichen ist. Ja, wenn es leer ist und gestrichen ist. Aber es wäre auch so schön mal zu sehen, so vorher und nachher und was überhaupt da in dem Haus abgeht. Genau. Deswegen haltet die Daumen gedrückt, dass wir euch was zeigen können. Wir haben so ein kleines Problem. Uns sind die Videos ausgegangen. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt entweder gesehen haben, dass es nur dieses eine Video gibt. Und dass entweder kommt das jetzt am Sonntag raus oder Freitag. Und der Freitag ist nun mal morgen. Warte mal. Ne, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Also für morgen wird es wahrscheinlich kein Video geben. Das wird dann am Sonntag kommen. Wir werden wahrscheinlich ein bisschen weniger Videos für diesen Monat noch raushauen. Aber nächsten Monat haben wir was richtig Tolles geplant. Wenn das alles klappt, haben wir für den ganzen Monat schon wieder ausgesorgt an Videos. Deswegen dranbleiben. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, lasst euch überraschen. Wenn es jetzt weitergeht im Video, seht ihr definitiv das Haus. Falls das nicht hinhaut, bis zum nächsten Mal. Ah, ich brable schon wieder umgegeben. Macht's gut. Ah, eine Sache noch. Wir sind gerade dabei, unseren Podcast aufzubauen. Ich habe mit dem Holger telefoniert. Holger Lersch, schaut mal rein. Der macht super coole Videos. Und der hat mir geholfen, jetzt ein bisschen Schadhilfe gegeben beim Vorbereiten für den Podcast. Der Ketchup, ich glaube, den hat er mitgenommen. Genau. Der Podcast, der Lärmpegel, der existiert hier immer. Für den Podcast haben wir bisher noch keinen Namen. Deswegen kann ich euch noch keine Adresse geben. Wir haben schon im Kopf, was für Themen wir raushauen werden und welche Leute da kommen werden. Das alles werdet ihr in Zukunft hier auf dem Channel sehen. Wir werden sehr viel Werbung dafür machen. Auch auf Instagram ganz viel Werbung. Also deswegen vergesst nicht, schaut mal bei Instagram rein. Und sobald dieser Podcast auf Spotify online gehen wird, werdet ihr Bescheid wissen. Und dann werden wir gucken, dass wir wahrscheinlich den Podcast zeitgleich mitfilmen und die besten Stellen hier für YouTube noch mit raushauen. Und auch hier auf YouTube einfach einen kleinen Podcast rausknallen. Weil unsere Talk-Videos haben wir auch so ab und zu mal vor und gemacht. Das wird es jetzt in Form eines Podcasts einfach geben. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.